Servus miteinander, herzlich willkommen zu unserem Vlog zur Studienfahrt des ASAC in Kanada. Ich bin der Daniel und neben mir sitzt der Robert. Wir sitzen aktuell hier noch im Allgäu und genießen die letzten Sonnenstrahlen und bereiten uns sozusagen auf die Abreise morgen vor. Genau, los geht's in der Früh um Fünfe ab an den Bahnhof, dann ab nach München an den Flughafen, dort dann um 11.50 Uhr unser Flug und ca. 8,5 Stunden später landen wir dann in Toronto. So, das war's für heute. Wir sehen uns morgen aus Toronto. Bis dann, ciao!